Quatsch. Das ist Mo, oder? Ist das Mo? Ja, gleich liegt Cafeteria. Oben rechts. Wer war jetzt grad am ganz hinten links? Ich. Wer hat da diese Piep-Piep-Ding machen lassen. Eika kann nicht rausnehmen. Ich war Lower Engines, hab hochgezogen und bin grad auf dem Weg zur Cafeteria. Ich kann... Upper Engines. Ich kann Corel rausnehmen, glaub ich. Warte mal, sonst übernimmt's ja hier niemand. Jeder sagt mir, wo er war. Wir fangen mit Kokora links oben an. Wo warst du? Kurz, Zusammenfassung. Gegen Ende der Runde Storage Admin. Da so die Ecke. Wo ist das? Links? Mhm. Da musst du ja Karma gesehen haben. Nee, nee, ich hab Karma nicht gesehen, aber ich hab Payne und Omid gesehen. Ja, kann ich hinzustimmen. Wo war Payne? Payne, wo warst du? Payne, wo warst du? Payne war Street und Navigation. Da erst runtergegangen und danach Richtung Storage. Ja. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht um Storage? Payne? Man, da ist jetzt die falsche Zeit dafür, weiter. Payne, Storage, gleich für mich, hey. Payne, wo warst du? Payne, wo warst du? Payne und Navigation, da erst runtergegangen und danach Richtung Storage. Ich war'vest du gemacht? und am ende in admin ich habe kammer nicht gesehen also ich weiß nicht kann vielleicht sein ich war nicht bei weapons zum beispiel aber ich habe kammer nicht gesehen ich habe genau nicht gesehen ich habe euch beide also ich habe damit habe ich gesehen hat jemand also ich wollte ganz runde kameras und ich habe mir gesehen wie der irgendwo da oben ist ich habe biete doch gerade ein medbay scan an er hat keinen sinn hat keinen sinn es gibt ich habe auch mit gewählt war einfach nicht mehr ist doch nur ein kill hat doch einer medbay scan weil haben wir immer zwei oder nicht ich glaube mehr sogar wenn er jetzt nicht kommt vielleicht hat er um und das kann auch sein ja oder du ich gucke auch mal ich würde eigentlich sagen safe karma kill weil der so klau so schlau ist aber der ist halt gerade verdächtig ja ich wusste es kann das war mit uns da oben kamst du von links oder von rechts ich kann ich war ein admin table habe die karte gezogen mit kohle und dann bin ich von admin runter ich bin da hochgegangen ich bin eh die waren nicht die leiche ist vor wo es ist lauer engine edus ich an diesen kill nicht gemacht hundertprozentig nicht einer von euch fünf hat diesen kill gemacht ich beschuldige ich sag nur dass einer von euch fünf diesen kill gemacht hat das war für einen aus ausnehmen einen kann ich rausnehmen in dem fall ist es koral wir waren beide gerade oben rechts bei weapons darf ich was also kann mir einer sagen wo der kill ich habe bei weapons oben rechts also das spielt jetzt glaube ich nicht so viel zur rolle aber am anfang der runde habe ich oben eine task gemacht den upper engine und da sind damit und pain zusammen nach unten gelaufen aber ich weiß nicht ob das irgendwie eine rolle spielt ja mit homage soll ich noch an den camps wo es dunkel war oder wo ich runter gelaufen bin von navigation das warst du gesehen ja da habe ich dich gesehen ok ganz kurz ich nehme ich nehme meinen zepter mika wo bist du danach warte mal ganz kurz ich will ganz kurz ich kann mal wo bist du danach hingegangen weil ich habe das noch auf den camp gemacht wer hat ein medbay scan ja ich habe ich wusste nicht dass ich habe eine idee ganz kurz wie jeder sagt mir ganz kurz jetzt wo er war eine antwort pain wo warst du jetzt oben in cafeteria admin wieder mit irgendwer anders aber ich habe kam er hat schon beim lügen erwischt kam er du warst nicht mit älter ist ja ich war mit ich habe ich habe willi gegen ende bei weapons ein geil auch mal auf frischer tat endlich mal wieder nach so langer zeit pain raus mit dir mit deiner tümmelstimme raus pain raus geil endlich er killt vor meinen augen da kommt kein statement ja weil er es selber weiß vor meinen augen ja das ist schon jetzt vorbei ist scheiße fragt für einen freund geil ist scheiße ich glaube will dieses auch nicht weil sonst hätte er mich jetzt getötet ich war alleine in admin plus eins wo man es ist ja ich weiß es gibt es gibt trotzdem noch ein oder pain kam es war so gut davor warum muss der da warum geht der da runter das licht das licht war doch aus wieso nicht auf ihn geschoben ich schwöre dass das schwerste was geht wenn jemand schon so lacht und sagt er hat sich erwischt da musst du dann so tun aber hätte ich den report gab dann hätte ich so tun können aber er hatte den report das ding ist elie musste getötet werden weil der noch gezweifelt hat an kam also lieber wichtig dass der stirbt das ding ist er muss kurai töten weil kurai safe ist ja das war eigentlich gut aber die werden direkt finden kann ich die tür zu machen ja richtig und jetzt spreche die hier einer mit denen ich finden zack ja man richtig wichtig wichtig jetzt reaktor schnell nicht gesehen erst über die leichte gegangen erst so dumm ich sehe ich war mit mika alleine im raum mika du kannst bestätigen die tür waren zu und ich hätte dich da töten können ich hab's nicht und dann waren die türen auf ich spielte dorthin ich guck so schnell weil einer war um einer unten ich wollte dass mika so deutlich dass du reingekackt und ich wollte weil ich es war klar dass eine leiche irgendwo liegt und du wurdest in der kamera aus der wäsche und ich hab mal ganz gut kommen aber lass mich doch aussprechen das ist immer ich finde kohle auf dem boden und ich habe geguckt noch zwei meter weiter ob ich den mörder finde und habe mich aber wo weiß wo ich wo ich etwas recht gehen kann weil anfangen war elders mit dir in atmen drin ich kann ja ich weiß ich weiß ich sehe dich ja ich sehe dich ja und mika welche tats hast du oben gemacht bei mir diese kabel aber die hast du sehr oft gemacht und weil du standest zwei mal da oben lass mich mal reden jetzt weil der wirklich ich war ab mit einer kamera von die ganze zeit an und dann sehe ich das zwei punkte installiert sind ich glaube unter elders läuft hoch sieht mich läuft wieder runter ja oder dann nämlich reported aber ich habe ja wie hat er gesehen das nicht raus also ich bin hier raus gegangen das hätte ich habe mich direkt aber warum ich reportest du nicht richtig mörder finden wollte ich bin zwei meter das ist weiß ich ich weiß es nicht ich bin ich würde dich sowohl ich schwörste ich bin sicher und ich bin auch sicher ist kann einer nur von danke willi oder war ich war an den camps willi wo habe ich die task öfter gemacht und ich habe mich in zwischengang und den kabel zug genau und kann das micha sein elders ich weiß nicht wo die waren alleine in der box aber ja dann aber ist weiß nicht weil ihr dann wüsstet dass es ist also ich sage euch ehrlich ich sei es nicht wie dumm seiten hier warum bin ich jetzt auf einmal imposter ich habe nicht irgendwas gemacht es ist älter so dumm es muss eigentlich will die töten für den was macht er warum tötet der kein also ich zahl gar nicht ja ganz gut ganz kurz ganz kurz ich habe ich warum wurde ich rausgebrotet du hast erwischt oder also du hast gesagt es ist ich bin ich bin ich ganz kurz und streiten sich die ganze zeit ich bin der meinung keiner ist hier in der gruppe auf mit dem finger zu zeigen was war das denn ich bin der meinung keiner kann hier mit dem finger auf den anderen wdiwww ok alles ok 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 Bis zum nächsten Mal.